herzlich willkommen zum kampfläuferangriff auf endora und wir werden mal schauen wir werden hier in so ein match reingezoomt ich bin mit der ac 280 unterwegs mit dem habe ich mich sehr angefreundet und die letzte runde waren richtig gut und von daher hoffe ich jetzt einfach mal dass ich hier dass ich hier meinen beitrag leisten kann da gibt schon mal ein orbital angriff dann wir da mal am besten nicht hin ich bin auch zu sehr normalen oder das ist voll okay ich habe ihn trotzdem ich habe ihn trotzdem zerstört und muss jetzt erst mal mich verpissen was war das spielen da bin ich aber da bin ich aber mehr so am rande des gefechts und ich wäre mit noch ein da sein hier geht es schon vor mir so das hört sich an wie ein 80 da ist er auch schon die gegner sind ich glaube ich bin hier ab und mittlerweile das kampfgeschehen auf mich gezogen wie es aussieht er schießt denn da nicht nur so ein kapotter dude marina gerade jetzt auf meine waffe ja gut wieder weg ich finde die geräusche die der grieber macht sogar das war auf jeden fall das was die grieber immer so so dann dann sagt das finde ich eigentlich ganz neu habe ich da mal so in den gewiss kommen dass ich den mal spielen kann oder generell so dieses diese klasse freigeschaltet haben das wird erscheinung und dauernd bin noch voll anfänger da ist es auch hat er gehört stimme mr burns ich guck dir zu hat er glaube ich gesagt aber dann sieht auch gleich wie ich sterbe okay also bis jetzt noch keine gute runde das muss man eindeutig zu sagen aber so eine habt ihr sicherlich auch wenn ihr so shooter spielt da ist nicht jede runde gleich mal läuft so einfach nicht aber wir haben ja noch ach komm meine runde hatte ich muss erzählen dass ich immer diese aktiv kühlung machen ja komm 3 ja siehst du so jetzt aber eine kleine serie jetzt ist doch schon jetzt drin das sieht fast so aus es sieht fast so aus ich gehe nicht dass du trotz ja komm wir spielen objekte wir müssen hier den at-at destroyen aber lieber öfter mal die positions wechseln weil wir natürlich auf der siehst du wir werden ja auch auf der minimap angezeigt und er wurde in der nähe eurer position das ist nicht gut das war das auch am start da siehst du spitzenspiel ausgeschaltet super da scheint ihr alle zu sein meine du es dann werde ich auch mal nachgehen er ist schon echt nice mit dem sprung pack scheiße da ist so ein kleiner entlast wie oder wie heißen ist die äti so ein kleiner läufer ein großer läufer sondern so ein kleiner läufer so dann jumpen wir erstmal so ein bisschen seitwärts damit wir hoffentlich so ein paar gegner in der mitte weg sneaken können da ist so einer oh no aber hinter mir ist der läufer deswegen muss ich selber eben schnell weg Uau na 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 Ach Junge ich habe dir doch eine die presse wohl na ja er mir aber commands auch und ja gut Ach gut hier diese diese dieser abg lifting das habe ich gar nicht so gut halt ist wieder navigate schnell wir das neid einer das ist die wenigsten es ist die mütze jetzt hänge ich hier irgendwie wieder fest dlt 19 schwerer blaster soweit bin ich noch nicht montan preferiere ich hier die hrc 280 wie der grünen typ der rede wieder ich soll da mitkommen oder gesamte bürger mit ach kommen hier können wir schon aus der entfernungsliegen ich befürchte aber wir haben gar nicht hier richtigen wache für wir haben die ablegstation aktiviert gute arbeit man siehst du wir schreiten da im wald das wird doch wohl nicht die blair watch hexte sein oder ok lieber point ist die granate aber nicht haben wir hier ein gutes das ist ein gegner gewesen sehr gut für uns da kann erst mal nichts passieren oh scheiße über mir ist ein hell der macht mich immer alle da ist wieder ein läufer der darf uns nicht sehen tja jetzt bin ich hier aber zu sehr aus und kaum sage ich schon kann man das solo wenn der kommande solo da ist dann ist das ja super abgefahren scheiße abgefahrene scheiße einfach nur da haben wir mal eine granate hin ich habe spaß ja nicht so wie dir eben gerade ich habe dir in den hinteren geschossen junge ist mir das ein bisschen zu offen aber es nutzt nichts wir gehen da jetzt mal rein oder hin irgendwo da sind ja die müssen ja die gegner sein das ist einfach sehr schmerzhaft wenn der linke ziel fehlt wenn da die gegner jetzt nicht kommen das ist gefährlich da habe ich ja nicht so da müssen das ist die granate kommt nicht an shit so ok und spielen aber oft hier mit den schweren blastern ich glaube die müsste ich irgendwie auch noch mal ausprobieren aber ich spare jetzt haben meine credits um jetzt die möglichkeit so ein paar hutten aufträge zu aktivieren dadurch waffen freizuschalten und vielleicht noch das ein oder andere merkmal oder man muss dann auch seine sternkarten ach man wenigstens ein wenig seine stärke hat muss man ja auch mal wieder aufladen und dann will ich eigentlich die e3 blaster gewährten das ist so eine bürstwaffe mit drei schuss und wie gesagt e3 ist so ein ziel von mir das werde ich hoffentlich in der nächsten folge wollen wir schaffen ach verdammt also da oben verkehrten sich die gegner ach komm hab dich doch so weit runter geschossen wenn wir die gegner zumindest treffen müssen sie auch schon mal nicht schlecht weil dann müssen wir auch ihre position ja wechseln nein ich bin immer noch drin im radius okay ist gleich da so die wings machen sich bereit um den 80 anzugreifen das heißt wir müssen auch gleich unseren laser mal reinhalten jetzt nicht dass sie uns abschießt immer schön in der baum bleiben schild darf wieder nachkommen ich habe das weder mr bürzer darf er besiegt ja komm ich muss jetzt hier meine meine muni muss ich verschießen wir müssen hier den kampfläufer besiehen fünf punkte dahinter hinter dem berg sind auf jeden fall die ganze gegner da kommen sie auch schon alle wo habe ich eingetroffen der hätte so ein dark trooper das ist ja noch ewig kann ich den freischalten auf jeden fall sind wir jetzt hier bei den e-box in den bäumen das finde ich immer wir sind undurchsichtig aber hat natürlich auch seins weil wir immer diese diese wendeltreppen da hoch müssen an den bäumen das wäre es nie hoffentlich ist was gutes und ein fahrzeug geschützt okay das sollten wir am besten irgendwie mittig zentrieren damit es hier drohen und dann letztendlich auch die 80 und so weiter abschließt wenn man das so los schon wieder da nehmen es gab es gab es gab einen schiff gehen wer ist ja nach verdammte ach man ok wie sieht es denn überhaupt aus es wird knapp aber ein sieg ist auf jeden fall möglich was habe ich denn jetzt blendgranate gelaufen haben wir das also auch mal gesehen wie das aussieht ich gehe bei meinem eigenen gameplay super dann weiß ich ja schon so dass wir erst mal galant gesprungen ach man kommt warum die da also wir müssen ihn reaktiviert ich bin aufpassen wo das klar wir uns ich finde es sehr schwierig da auf den bäumen jemanden zu treffen das ist schon schwierig wir sind hier drin jetzt würde das ist gewesen das ist habe ich mir dafür noch wohl die ab links aktivieren die ab links das heißt er muss sich verteidigen irgendwie versuchen vorzuwagen ist ja gut ja 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 da bin ich natürlich unglücklich aber wenigstens noch einen mitnehmen ich war ja schon tot ach komm greener ha doch mal ab hier feind erfasst nein ich will hier was werden nein 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 die gegner so schwer aber ich glaube das ist so gewollt die können ja überall sein so und es geht um die final stage hier es ist nicht mehr viel zeit wir müssen hier noch einmal einen ordentlichen angriff machen auf den AT-AT orbital angriff aus dem radius raus und ich oder und man geht noch ich glaube der mir in die arme wenn ich mich mal anziehen wie ein ninja von hinten da bist du ok auch wenn du das gekriegt hab aber nein ok spätestens hier durch boba fett wird gestorben da ist ein power der hat mich angesehen fahrzeug geschützt komm jetzt stell es mit dir hier damit wir den AT-AT noch bearbeiten können ja der steht das ist das ende von boba fett ist down da hatte ich habe ich also vorher noch zur hüfte ist hier anscheinend die beste methode wenn man den first person spielt da gab es aber ohne irgendeinen sack ja kommen wir uns fast down 12 10 das wird sie gut aus kommen noch ein bisschen feiern das ist hier mein geschätzt das ja war erst erst stört müsste der 17 oder jawohl halt mich mal auf dieses setze entspann 17 10 eigentlich eine neue runde ja vielen dank fürs zuschauen noch ein bisschen gefallen bis zum nächsten mal macht's gut tschau